Ich bin Timo, ich bin Chief Medical Officer bei Eterno und ich spreche bei der Solutions Health darüber, wie wir durch Digitalisierung und neue Formate auch die primäre Gesundheitsversorgung in Deutschland, bedeutet den Gang zum Hausarzt, zum Orthopäden, zum Gynäkologen revolutionieren können und unser Gesundheitssystem damit fit für die nächsten 10 bis 15 Jahre machen. Ich komme bei der Solutions Health am meisten auf den Austausch mit den ganzen spannenden Leuten, die wir hoffentlich hier in Hamburg sehen werden, weil ich glaube, dass es auch immer sehr wichtig ist, sich selbst einzugestehen, dass man die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen hat, sondern das eigene Konzept auch kritisch hinterfragt und da ist eben genau so ein Format für den Austausch enorm wichtig. Ich glaube nicht nur, dass wir ganz toll unsere Botschaft, unsere Ziele mit Eterno nach draußen tragen können, sondern dass wir auch selbst noch enorm viel lernen können.